Es wird immer klarer, dass es nicht um die Umwelt geht, nicht um Hunger, um Armut, nicht um Ungerechtigkeit, nicht um die Dinge um uns herum. Es wird immer klarer, dass die Menschen selbst zum Schrecken der Welt werden. Die Menschen selbst zerstören einander. Die Menschen spalten sich in Stämme, in Nationen und Klassen, all diese zerstörerischen, spaltenden Vorgänge. Die Kommunisten und Sozialisten und die Politiker werden nie die Welt grundlegend verändern. Auch nicht die Wissenschaftler. Die Astrophysiker, die das Universum erforschen, außerhalb von sich selbst, sie werden auch keine Lösung finden. Die Menschen, das sind wir, sie und der andere, wir bringen großes Chaos in die Welt. Wir verbreiten großen Schrecken und werden zu einer Gefahr füreinander. Unsere Religionen, die organisierten Glauben, Dogmen, Rituale, dieser ganze absurde Unsinn, all das spaltet die Menschen. Kriege, Kriege, Kriegsvorbereitungen, Atombomben, sie kennen den ganzen Schrecken dieser Welt. Und einige von uns versuchen all dem zu entfliehen. Sie ziehen sich in kleine Kommunen zurück, treten in Klöster ein oder werden zu Anhängern asiatischer Gurus, fern von dieser ungeheuerlichen Welt. Aber auch sie können unmöglich die Probleme lösen. Sie können dem, was ist, nicht entfliehen. Und auch die Ideologien haben nicht geholfen. Die kommunistische Ideologie, die der Hindus, der Buddhisten, der Christen, sie alle spalten und zerstören die Menschen. Und wegen dieser großen allgemeinen Verwirrung verschreibt man sich einer Sache, einer Gruppe, einer Idee, einer bestimmten Aktivität. Hinter dieser Verpflichtung zu einer Sache, zu einer Philosophie, einem abscheulichen, unsinnigen Guru gegenüber, Hinter dieser Verpflichtung steht das Verlangen nach Abhängigkeit, sich auf jemanden verlassen zu können, sich an einen Glauben, Ideen und Konzepte zu binden. Und während dieser Reden können wir hoffentlich über all das gesund-sachlich nachdenken, nicht feindlich, nicht indem wir argumentieren, nicht indem jeder seine Meinung gegen eine andere verteidigt, sondern indem wir sie und der Redner uns gemeinsam damit befassen. Wir wollen gemeinsam denken, nicht einfach zustimmen, nicht gegensätzlicher Meinung sein, sondern uns gemeinsam, jeder Einzelne von uns, mit all diesen Dingen befassen. Man kann unmöglich klar denken und damit gemeinsam, wenn man an eine Erfahrung gebunden ist und daran festhält. Auch nicht, wenn Sie sehr gebildet, sehr belesen sind, bewandert in Philosophien, mit Theorien oder Idealen befasst, egal ob diese Theorien marxistischer, christlicher oder hinduistischer Prägung sind, all das hindert uns daran, gemeinsam zu denken. Wenn Sie nämlich sehr gebildet sind, an einem Glauben oder einer bestimmten Erfahrung festhalten, die Sie selber haben, wie kann man dann gemeinsam nachdenken? Es sind gerade diese Erfahrungen, Schlussfolgerungen und Glaubensbekenntnisse, die den Gedankenaustausch verändern. Wenn es Ihnen also möglich ist, lassen Sie diese bitte beiseite, damit wir einander begegnen können. Denn der Sprecher hat keinen Klauben, keine Wertvorstellungen, gehört auch keiner Gruppe oder Religion an. Er versucht auch nicht, Propaganda zu machen oder Sie zu einer bestimmten Denkrechtung zu überreden, noch Sie von der Richtigkeit seiner Aussagen zu überzeugen. Darüber müssen wir uns klar sein, von Anfang an. Es wird hier keine Gläubigkeit verlaufen. Es gibt keine Anhänger, keinen Kult, keine Überredung in keiner Richtung. Nur so können wir uns treffen, auf demselben Boden, der gleichen Ebene. Und dann können wir gemeinsam das außergewöhnliche Phänomen des menschlichen Daseins betrachten. Und ich hoffe, dass wir uns auf der Richtigkeit verletzen können.